so leute terors beyond death also jenseits des todes premium pack ihr wusstet wo ein promo pack kommt muss auch ein premium pack sein ich mache den mist direkt mal aus dem weg wir haben ein durchtriebene nachahmer wow ich wusste gar nicht dass hier drin sind mein gott du bist hübsch vier manner 00 kann man ins spiel kommen lassen als eine kopie einer bleibende karte die kein land ist spiel im commander sogar bei dem einkommen der größten haare das hier tun wir direkt mal aus dem weg räumen vielleicht ist der code ja noch nicht eingelöst durchtriebene nachahmer wie gesagt coole karte werde ich auf jeden fall im commander spielen dann haben wir allseide der lebensfülle allseide der lebensfülle einmal 1 1 lifeling für einmal kann man den opfern eine kreatur eine verzauberung die ihr kontrolliert bis zum ende des zuges schutz vor einer farbe zu geben aha wusste ich gar nicht mehr dass die hier drin sind und wir haben das war's oracle zwei meiner 1 3 wenn es ein spiel kommt schauen wir die obersten x karten unseres decks an wobei es gleich die hingabe zu blau ist lege bis zu eine davon oben aufs deck und den rest unter im bliebe zufälliger einfach unter das deck falls x größer als die anzahl an karten der bibliothek ist gewinnt ihr die partie x ist halt die worten zu blau und das wurde wird im legacy immer noch gespielt im commander wird das gespielt in so vielen formaten heilige das echt cool dass ich das habe das freut mich das brauche ich auch noch tatsächlich ja das war pro peck pro pecks gehen ja wie schon öfter erwähnt relativ schnell wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin aber sieht tata